You're done. Okay Leute, I'm done. Schaut mich an, ich habe heute ein spontanes Shooting mit Juan Carlos. Das ist die bezaubernde Fiorella. Eine super Make-up-Stylistin. Hey Leute. Ja, das ist infrarotlich. Die Adrienne hat ein knallrotes Gesicht. Nicht nur in echt. So ihr Lieben. Hier seht ihr. Das ist alles nur Zauberei. Ich bin aufs Endergebnis gespannt. Dieses vorher Bild habt ihr ja schon gesehen. So läuft die Verwandlung. Wundert euch nicht, dass ich diese wunderschönen schwarzen Strümpfe anhabe. Kompressionsstrümpfe müssen vor einem Shooting sein, denn Adrienne ist eine alte Frau. Wir sind noch nicht am Ende. Wir fahren gleich zum Strand. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß noch gar nicht, was mir heute alles so hier geschehen wird. Ich lasse mich überraschen und ihr lasst euch überraschen. Mittlerweile ist auch der Fotograf eingetroffen. Das ist Juan Carlos. Sag Hallo, Juan Carlos. Oh, Hallo. Gleich geht's los. Wir haben uns schon die Outfits ausgesucht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ready? Nice camera! Look at the camera! My camera! I used to have a flight Let's get started! Let's get started! Adrian! Good morning! Let's get started! Let's get started! Let's get started! I'm looking forward to the dinner table! Let's get started! Let's get started! So, ein langer Shooting Tag ist zu Ende gegangen. Das Shooting hat richtig viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich habe größten Respekt vor professionellen Models, denn das war wirklich anstrengend. Es ist nicht nur einfach mal so ein paar Posen hingeworfen. Ansonsten brauche ich jetzt dringend eine heiße Dusche. Ich habe Sand in meinen Haaren. Meine Haare sind salzig, mein Körper ist salzig. Genau! Ich sage jetzt gute Nacht und auf Wiedersehen! Ich habe jetzt einen Schmerz. Ich habe jetzt einen Schmerz mit dem Schmerz. Ich habe das Schmerz.